Ein neuer Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Navigationssystem, Wegfahrsperre, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 101 PS an das 5-Gang-Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,3 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis